Hallo im Bio-Garten-Paradies. Ich bin der Egon und hier befinden wir uns in der Keimstation für unsere Scharioten. Die haben jetzt ein halbes Jahr Keller zugebracht und müssen jetzt langsam wieder aufgeweckt werden, damit sie keimen und demnächst dann umziehen können in den Garten. Die Schneewittchen schlafen alle noch, also werde ich mal die eine oder andere schon mal wach küssen, damit sie anfangen zu wachsen. Na, das hat ja schon mal gut geklappt. Dann werden wir das mit den anderen vielen, die hier auch noch schlummern, auch noch machen. Ich zeige euch hier gerade mal, wie das in unserer Keimbox ausschaut. Da liegen sie und schlummern alle noch, aber nicht mehr lange. Wenn euch das Thema interessiert, Scharioten, exotische Früchte, auch bei uns im Garten, alles machbar. Ich zeige euch, wie es geht. Damit ihr es nicht verpasst, wäre schön, wenn ihr da einfach die Glocke setzt. Dann seid ihr auf jeden Fall aktuell mit dabei. Auch in Zukunft kommen weitere schöne, interessante Themen, auch über exotische Sachen, die bei uns doch mehr funktionieren, wie man denken sollte. Ansonsten verbleibe ich, euer Egon vom BioGardenparadies. Wir sehen uns und ich wünsche euch eine gute Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.